und ein herzliches willkommen bei stadio valley bei einer weiteren episode es geht weiter ich weiß gar nicht ist schon ein ballchen her dass ich gespielt habe ich muss mir erst wieder dran gewöhnen nicht wundern wieder eine neue session doggie hab dich lieb hab dich lieb gut hier ist alles immer noch soweit gleich schauen was passiert wenn wir rausgehen brief haben wir den lese ich jetzt nicht weil mir das eigentlich egal ist gut was haben wir eigentlich zuletzt was wollten wir eigentlich machen hat jetzt hat die mit drauf vorbereitet war es geil gewesen brauche ich auch ja nicht gießen auch nicht gehen wir mal durchs dorf schauen was so abgeht berries nehmen wir mit alles kohle nicht kohle kohle sondern kohle in geld verwandeln wir alles in gutes geld drei geld verwandeln wir alles das übliche mal ja wie war es was wir machen wollten ah jetzt fällt es mal wieder ein wir wollten ja die brücke da ist der regentag eigentlich ziemlich gut weil dann können wir brauchen nicht zu viel energie und wir können das holz einfach so abhacken ohne dass mir zu viel energie verbraucht das ist gut das ist sehr gut dann hole ich die axt mal raus hier ist noch ein berry bush ja schön lecker das ist überall die fuchspiste drauf dass wir einen fuchsbandwurm kriegen das ist richtig gut da bleibt man gesund und fit ok ok denn gut sollten wir nicht bei ihm einmal vorbeischauen im turm ich sammle jetzt hier überall die berries ein aber mir braucht es ja auch ok ein bisschen kloppen nein nein einen schönen ruhigen Sonntag Frühling ist was was war das denn mysteriös vielleicht der nächste boss fight hier sind überall die berries das ist super ja natürlich fliegt es da rüber ich finde ich gratis kohle hier alles gratis war mit war mit BHA BHA bei иях TAP berg 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 und haben wir noch mit Baumfels Wie viel Hals haben wir denn? Achso, das sehe ich da Zu wenig Oh, das sind ein paar Würmer, die killen wir gleich Einmal schön was auf den Kopf Äh, ups, das ist ja noch nicht So, Atsch, ein Buch Verlorenes Buch Ist es noch verloren, wenn wir es gefunden haben? Gute Frage, ne? Äh, hier Äh, hier Braucht noch 20 Holz Kann man den dabei hier einpflanzen? Das geht nicht Können wir es hier einpflanzen? Okay Okay Wusste ich gar nicht, dass es geht Ähm, gut Was nehmen wir jetzt da? Ne, Axt Wir haben kaum Energie noch Blöd Ist das richtig blöd? Oh, da ist ein großer Baumsturm Oh, da ist ein großer Baumsturm Oh, da ist ein großer Baumsturm Okay, die Axt ist nicht stark genug Wir brauchen noch ein bisschen Den noch fällen und dann gehen wir zurück Und dann bauen wir die Brücke Einfach mal die ganzen Wälder roten hier Es ist 15 Uhr Ah, Berries Na mal gerne Dann nochmal Berries Na mal gerne Äh, yo Okay Okay Das Gestrüpp Hier Und Wir sind wieder da Jetzt holen wir die 300 Holz Äh Hier drin, oder? Oh, ah Wir hatten gar nicht so viel gebraucht Dann reparieren wir mal die Brücke Schauen, was da draus wird Aus der schönen Brücke Hier Schöner Regen So, bereutigend Okay Keine Muscheln rumliegen Und jetzt Ja, 300 Holz Dafür haben wir jetzt einen halben Wolk gerodet Ein hässliches Brett Zwei Bretter Zwei Bretter, sorry Oh, Koralle Wieder ein verlorenes Buch, oder was? Na Dreck Äh Wer bist du? Alter Sam Alter Sam Ich hab das Das alte Amulett Zu Verkaufen Aber Irgendwas Sag mir Dass du Nicht Begreif Da Da Was Bereit Dafür bist Bürschchen Okay Sorry Ich bin Legastheniker Ist Ein bisschen blöd für mich Ich hab mich Verbessert Laut Meiner Familie Die haben da jetzt Ein paar Mal reingeschirrt Und haben das beurteilt Und haben gesagt Das geht gerade gut Das ich schon wesentlich besser bin als früher Das weiß ich selbst Ich lese ja auch jeden Tag Aber Es fehlt noch sehr viel 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 learning Vor allem Rechtschreibung bin ich richtig scheiße Gut Das haben wir jetzt alles gemacht für heute Ist der Tag schon um Ja was machen wir jetzt? Nichts mehr Einfach schlafen gehen Nichts mehr Einfach schlafen gehen Ich glaube ich Glümchen auch Ja die Berry ist kalt immer Kann mir eigentlich schon das Komische Ding bauen Ich weiß nicht Wie heißt das? Das hätte ich gern Aber die nächste Stufe davon Das wäre toll Super Bretter Dass es hier ein bisschen schöner aussieht Holzzaun Was war das? Was war das? Ja ideal Legen wir den Rest hier rein Was hier Hier sind Materialien Also Naturmaterialien Alles hier rein Jetzt füllen wir noch die Gießkanne auf Jetzt kommen gleich die Monster wieder raus Wird gern nur noch in die Höhle schauen Äh ja Ist klar Gut Gut Hier ist ja nichts Okay Okay Oh Duggi Äh ja Ich lass dich nicht schlafen Ich lass dich nicht schlafen So Bisschen Gras Und ins Bett Schlaft man gut Bis zum nächsten Morgen Fünf Geld Gut Fünf Geld Gutes Geld Es regnet schon wieder Es regnet schon wieder Das ist natürlich sehr gut Wieso habe ich das Gras da nicht reingetan Okay Äh was machen wir heute? Regenwürmer töten Regenwürmer töten Tot Okay Dann gehen wir wieder ins Dorf Blumen mal ein bisschen Und schauen nochmal auf den Strand Was da so abgeht Sind schon wieder die Berils fertig Und sonst Hier Blümchen Blümchen, Blümchen Käpt'n Blümchen Vielen Dank Vielen Dank Für die Blümchen Vielen Dank Willi von Sie Gut Nichts im Müll Nichts im Müll Als beim Bürgermeister Der hat immer etwas Nichts Nichts Die Sonne schaut traurig aus Oh Jetzt wird der jammern Manche Menschen leben davon Immer dieser Regentag Aber wir sparen damit sehr viel Energie Muss ich auch sagen Ohne Muschel Dann machen wir jetzt Soll ich hier mal Oh Was ist hier? Jetzt habe ich die Angeln nicht mit Sollte ich mal machen? Mal wieder so eine Runde angeln Der Angelfolge Habt ihr schon mal geangelt? Schreibt's in die Kommentare Oh Hi Rocky Wieder da Gut Oh Soll man die Hölle gehen? Ja Würde ich sagen Ein bisschen Schleim kloppen Platz haben wir genug Ja Geht gut Geht gut Oh Und Berries? Hören wir gerne mit. Die bringen ein bisschen Energie noch. Hm. Habe ich mein Spe... Ah, hier, ich habe das Holzschwert. Stimmt ja. Letztens haben wir das ja weggebracht, oder? Oder verkauft. Okay. Tot den Fliegen. Tot den Fliegen. Denn sie fliegen. Sie fliegen. Oh, Kristall oder was das ist? Nehmen wir mal mit. Wir nehmen alles mit. Kohle wäre wichtig. Hä? Was ist das für ein kleiner Schleim da? Der ist ja knuffig. Komisch. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe jetzt da die Welle schon nochmal gespielt, aber so ein kleiner Schleim. Wäre mir da nicht aufgefallen. Hm, hm, hm. Als nächstes verbessern wir unsere Spitzhacke, würde ich sagen. Oh, Kohle, Kohle. Gut. Jetzt wieder Steine kloppen. Oh, ein paar Samen. Von Damen. Ja, jetzt brauche ich nicht reimen Umfang. Kommt nur Blödsinn dabei raus. Stirb, stirb, schleim. Ich habe das nicht verdient zu leben. Oder doch. Ich weiß es nicht. Runter. Oh, Kupfer, Kupfer. Jede Menge Kupfer. Ja. Lass mich dich hauen. Lass mich. Lauf weg. Lauf weg. Schleim. Blöder Schleim. Okay. Den Kupfer noch. Da ist noch Kupfer. Hm. Brauche ich jetzt den Ausgang. Der ist wahrscheinlich unter irgendeiner dieser, ja. Ist hier sonst noch was? Oh Gott, das können die Kack fliegen. Kacke fliegen. Kacke fliegen. Kacke fliegen. Ja. Diese Kacke fliegen. Tadam. So. Oh. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Kacke fliegen. Jetzt können wir noch mehr Kacke fliegen. Oh Gott. Ich hasse diese Würmer. Die verwandeln sich nämlich an diese Kacke fliegen. Hm. Okay. Nächste Stufe, bitte. Okay. Ich möchte zum Eisen. Und ich weiß leider nicht in welcher Stufe Eisen existiert. Oh Gott. Oh Gott. Kacke Fliege. Okay. Hier zappen Duster. Okay. Okay. Okay, schön. Äh. die etwas die blume leben null wieso schreibt man das dann rein unser leben bringt wäre es okay nicht wegschmeißen wie ich das ein bisschen was ein bisschen weiter zu kommen nächste stufe bitte doch eine stufe ich will runter im keller ok nein ich muss rauf und ist auch schon spät ich muss schlafen gehen ok es regnet immer dieser regen perfekt die kann man mitnehmen sehr gut ich glaube ich will da mehr rett ich ja ich habe schon immer aus wie eine ananas so ein bisschen lauch ja du lauch so jetzt wandern hier auch zombies rum oder keine zombies dann lagern wir das hier ein zählt das so organische stoffe ja das auch das auch ja acht tage soll man sie gleich einpflanzen einfach hier so ok was haben die noch sonst nichts dann sparen wir uns das heute das gegießen noch dafür oder ok ne sie sind schon gegossen gut dann natürliche ressourcen steine kommen kommen da rein bis ja zähle ja dazu ich habe alles da rein und holz schleim stardew valley ja könnte man so gehört dazu ach stimmt ja äh quietsch quietsch so heuer mal hier noch ein bisschen an bis zum nächsten tag dass wir hier genug haben kupfer wo sind die monster fertig ich habe keine kohle mehr oder ist ja klar kohle 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 ich freue mich jetzt noch an in irgendeinem spiel weiß ich das noch wenn man beim regen irgendwas in den ofen reingetun hat ist ja explodiert ich weiß aber nicht im wertspiel das war irgendwie habe ich das im kopf und ich habe gerade die zwei öffnen da sehe ich und es regnet warum heute keine zombies normal kommen immer zombies die nacht heute nicht schon spiel ich mit meinem nrg rausgegangen und kohle kohle lp trank ja interessiert mich überhaupt nicht aber gut dass wir es haben und ja schauen wir kurz raus seht euch diese pflanzen an wie wunderschön oh, auch die sind fertig ok sehr gut und in der nächsten Folge von Stardew Valley hier oben seht ihr sie und hier unten irgendeine zuletzt hochgeladene Folge vielen Dank fürs Zusehen, lasst ein Like da und ein Abo und ja, hab euch lieb bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal